Spannung bei den Forschern in Tokio. Gleich soll der Länder Hakuto-R auf der Mondoberfläche aufsetzen. Doch das Manöver misslingt offenbar, die Bodenstation kann keinen Kontakt mehr zu der Sonde herstellen. Sie zerschellt höchstwahrscheinlich auf der Oberfläche. Wir konnten zumindest die Kommunikationsdaten bei der Landung sichern. Das bedeutet, dass wir die Daten der Landungsphase bekommen haben. Das ist eine großartige Errungenschaft für die nächsten Missionen. iSpace wollte als erstes Privatunternehmen eine Sonde auf dem Mond landen lassen. Hakuto-R hatte mehrere Fahrzeuge an Bord, die den Mond erkunden sollten. 2019 war eine israelische Mission mit einem ähnlichen Versuch gescheitert. Auch ihre Sonne zerschellte auf dem Mond. Bislang ist es nur den USA, Russland und China gelungen, erfolgreich auf dem Erdtrabanten zu landen.